Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Snapshot Review, heute zu 15W49A. Und ja, es gibt doch noch vor dem 1.9 Release ein paar neue Features, ein paar kleine. Hätte ich nicht gedacht, dass da überhaupt noch was davor kommt, aber ist ja auch mal was Tolles, dass da wenigstens noch ein bisschen was kommt. Und als allererstes, was neu ist, ist, dass wir jetzt zum Beispiel die Türen, können wir jetzt ganz normal links und rechts platzieren. Also früher war es ja immer so, dass man nur eine linke Tür platzieren konnte, oder eine rechte jedenfalls so, dass sie miteinander connecten, wenn sie nebeneinander standen, aber wir konnten nie bestimmen, in welche Richtung sich jetzt die Tür öffnen lässt. Das ist aber jetzt möglich, also wenn wir hier auf der rechten Seite die Tür hinstellen, dann kann man sie rechts öffnen. Wenn man sie auf die linken Seite des Blockes hinstellt, dann kann man sie nach links öffnen. Ja, ist ja mal was Tolles, was endlich mal eingeführt wurde. Auch wurden die Schneegolems ein bisschen abgeändert. So, vielleicht wusstet ihr das schon, aber es war schon immer so, dass unter dem Kürbis noch ein anderer Kopf ist. So, man sieht ihn ja hier drunter. Und jetzt ist es möglich, einfach den Kopf wegzuschneiden mit einer Schere. Und dann kommt der Kopf, der ganze Zeit schon seit jeher immer hier drunter war, unter dem Kürbis, zum Vorschein. Und wir können sein tolles kleines Gesicht sehen, das der Schneemann seit Jahren verborgen hat. Ist anscheinend schon seit einiger Zeit in der Pocket Edition drin und nun auch endlich in der 1.9. Und zu guter Letzt kommen wir zum Pferd. Anscheinend ist das jetzt ein bisschen besser geworden und bewegt sich jetzt besser mit dem Spieler mit. Also es rotated besser. Also, ja, es geht der Bewegung vom Spieler schneller hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wie es davor war, ob es sich da mehr rumgepackt hat beim Bewegen. Aber es bewegt sich jetzt direkt, wenn wir uns bewegen, mit. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.